Ich möchte mal ein Beispiel geben für die These, dass die SPD die Mehrheit der Gesellschaft aus den Augen verliert. Olaf Scholz möchte jetzt eine Finanztransaktionssteuer einführen, die aber nur Privatanleger zahlen. Und zwar auch die Mitte der Gesellschaft, der ja seit Jahren, Jahrzehnten sogar gesagt wird, sie solle auch privat fürs Alter vorsorgen und das mit Aktien tun will. Die Spekulanten aber, die bleiben verschont. Und kann die SPD sich wirklich so eine Politik leisten, die hier doch die Mitte der Gesellschaft trifft? Also dann gehöre ich nicht zu dieser Mitte der Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob Sie eine Aktie haben. Ich habe keine. Die grundsätzliche Säule der Altersversorgung ist aus sozialdemokratischer Sicht und bleibt auch die gesetzliche Rente, die wir stark machen wollen. Und ansonsten haben jetzt in den letzten Tagen auch viele Kollegen von Ihnen Beispieldiskussionen, Beispiele ausgerechnet. Also wenn man 10.000 Euro anlegt, sind es wenige Euro, die man dann für diese Steuer zahlt. Und insofern glaube ich auch, dass das eine Diskussion ist, die am Kern des Problems vorbeiführt. Sie haben recht, aus unserer Sicht wäre es besser gewesen, wenn auch noch andere außer diese einfachen Aktienverkäufe einbezogen werden konnten. Bloß das war momentan nicht darstellbar. Sie wissen ja, Olaf Scholz versucht diese Steuer einzuführen mit auch vielen weiteren europäischen Ländern. Und dann muss man natürlich erstmal klein anfangen und dann gucken, ob man sie peu a peu auch ausweiten kann. talking